Wuhu, hey, alles klar bei euch? Ja, Hallöchen, liebe Trommler, mein Name ist Sascha Keißler und heute geht es um einen richtig coolen 16. Groove, den wir mit beiden Händen spielen. Ey, schön, dass ihr für eine Sekunde auch mal zu mir gewischt habt. Mega! Dieser Groove ist für die Starter unter euch und ich erzähle euch Schritt für Schritt, wie ihr so richtig cool hier abwechselnd einen fetten 16. Groove am Drum spielen könnt. Okay, wir brauchen beide Hände auf unserem Hi-Hat und die beiden Hände spielen abwechselnd. Rechts, links, rechts, links oder 1, 2, 3, 4. Auf Schlag Nummer 1 zusammen mit der rechten Hand darf ich jetzt noch einmal auf die Bassdrum klopfen. 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt noch ein Vierer-Grüppchen und meine rechte Hand wandert runter auf die Snare. Okay, passt auf. Erste Vierer-Gruppe mit der Bassdrum gestartet, zweite Vierer-Gruppe mit der Snare gestartet. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts, links. Okay, klappt das? Dann klopft das doch zweimal hintereinander durch. Sobald ihr euch wohlfühlt und ehrlich zu euch selber seid und nicht irgendwie Kuddelmuddel spielt und euch bescheißt, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr Speed reinbringen. Vereinbare jetzt eine kostenlose Probelektion. Hey, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, habe die Ehre und haut rein!